töten töten oder so ähnlich apropos fackel halterung eigentlich wollte ich noch ganz am anfang da und daran halterung und komischerweise war die eine leer und die andere nicht und irgendwas war da da wollte ich noch beide fackeln reinlegen da muss ich unbedingt denken aber gut jetzt wollen wir es mal töten oder getötet werden ich nehme mit und ich war ich wollte gerade sagen ich höre schon den ersten dino die lauern hier schon richtig jedes mal die tür aufgedenken sich nur jam jam fütterungszeit aber so gute treffer wie jetzt gerade landen dürfen wir gar nicht erst zu dem treffer kommen wir standen schon mittendrin soviel zu der genialen taktik da bist du und jetzt bleibt natürlich alle guten treffer aus wir sind schon nicht alle dreher durch und jetzt ist ja wenigstens ein dino pro schlafens einheit geschafft das ist ja auch okay also jemand in kommentaren meinte dass die muss nicht respawn ist wären einfach nur ganz viele und das könnte sogar gut angehen müssen gleich mal gucken heißt wir sollten immer schön schrittweise vorgehen ich höre gerade gar keinen ist gut also schrittweise vorgehen und es nicht umziehen lassen nebenbei noch mal nach schaltern gucken obwohl ich das nachher wahrscheinlich machen werde sobald hier alles tot ist also noch mal gründlicher es geht also nur hier lang und hier ist die erste abzweige und ich höre schon wieder welche das wäre es dann du komm mal mit vielleicht schaffen wir dich ja das sind dann ja wir schaffen wir euch ja vor dem ersten dreher zumindest ein von euch schaut nicht gut aus so der erste dreher kam gleich schon recht unerwartet da war glaube ich ja oh schick jetzt haben wir keine energie mehr so da war der zweite dreher jetzt weiß ich gar nicht mehr was hinter uns jetzt war ich laufe jetzt irgendwo hin ich glaube hier waren zweimal zwei raum zum tanzen ja war und ich bin falsch abgebogen wir haben anscheinend noch platz ich habe keine ahnung wo wir in rennen kommt schon noch ein goldener schriftzug sind wir jetzt beim tempel eingang an die ist die rüstungskammer sehr schön und das licht aus wechseln wir noch mal ganz kurz steht so kommt schon wir sind fast tot die können auch zur seite weißen das ist ja fies also wie die ogre die auch zur seite schlagen können hier ist kein zugang mehr gut schlafen sofort schlafen mann 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 die fiecher sind echt übel drachensteaks wiegen viel zu viel so weiter schlafen so ein kleines erdbeben sollte uns eigentlich nicht aufwecken ich meine wenn wir direkt in der tür schlafen können wo ein ogre rumrandaliert und legionären rumtappern dann dürfte auch so ein erdbeben nicht viel ausmachen aber da scheint er wohl pingelig zu sein so erstmal licht richtig so also wir haben eben gerade zwei dinos getötet hintereinander davor ein einzelnen und in der letzten folge war das glaube ich auch einer da sind wir jetzt bei vier dinos bisher ist doch schon eine gute quote sind die frage wie groß das ganze hier war so das war die sackgasse hier war die erste abzweigung kurz lauschen höher nix ist schon mal gut irgendwo geht irgendwas auf ich höre dino das machen wir dazu gucken wo sich was bewegt komm her also den schalter müssen wir uns merken ich habe jetzt ja wieder entdrückt damit ich später sehen kann wo was aufgegangen ist sonst verpasst ihr das auf jeden fall so nicht umziehen lassen wir können wir tänzeln wenn kein zweiter kommt sollten wir lassen sonst kommt auf jeden fall gleich ein zweiter und war's das so dreher nummer eins kommt schön ganz kurz zu machen kurzes power näppchen und nehmen uns den nächsten vor beziehungsweise wir laufen erst mal zurück zum schalter drücken ihn noch mal und versuchen jetzt zu sehen welche tür aufgeht welche wand aufgeht besser gesagt so da war die sackgasse wo kommst du denn hier schon wieder her ihn werde wohl nicht umbringen können vor den dreher ne schaut nicht gut aus nach daneben wir haben fast 50 axt skill und wir haben daneben bei so einem riesen vie da war schon der erste dreher da war noch mal zwei komm schon komm schon ich will das noch mit energie schaffen ich gehe jedes mal in die falsche richtung man könnte so schön da hinten stehen bleiben und einfach nur mal im kreis laufen aber nein ich mache es mir gerne schwer so war da irgendwas drunter nein dreher nummer eins dreher nummer zwei tür zu und wieder schlafen also was sind wir jetzt bei fünf oder sechs ich glaube sechs drachen also drachen ähnliche blaue echsen dinge so lebenspunkte brauchen wir nicht wir brauchen stamina also immer noch sackgasse und ich höre schon wieder ein dino wo kommt ihr immer wieder her also vielleicht sind sie doch begrenzt aber durch irgendwas lösen wir sie aus und wenn man hier normalerweise auf normal oder einfach durch rast bekommt man den respawn gar nicht mit weil man halt nur einmal durchläuft aber da wie jetzt nicht dutzend male wieder ein reinkommen in den eingang haben wir halt immer wieder neu das verdreht nummer zwei aber nee das kann nicht sein dass sie durch irgendwas gespawnt werden ich muss einfach nur pech haben was das movement angeht also dass sie gerade vor unsere tür gelaufen sind oder so nix drunter nö denn es kam mir schon mal so vor im ersten avandreher im ersten playthrough halt und da war es dann auch irgendwann vorbei und wir konnten ganz normal uns da umsehen so jetzt habe ich gar nicht geschlafen aber sei es drum ich höre schon mal nix das ist gut denke ich drücken wir jetzt mal den knopf und gehen ganz schnell hier ne das muss irgendwo am hinteren ende sein also da irgendwo also erst mal wieder ganz zugehen lassen tonk und auf ein secret die gruben kämpfer handschuhe plus sechs angriffskraft in unbewaffnet wir sind leider kein mensch dafür blitzbomben und eine feuerbombe noch irgendwelche schalter nö aber ein secret ist immer gut so ich höre immer noch keine dinos dafür höre ich irgendwas zuklappen und warum habe ich dich nicht gehört du komisches kleines ding äh wo bin ich hier bin ich ich hoffe einfach mal dass kein zweiter kommt nee nee nicht hoffen sicher gehen denn ich habe nicht abgespeichert wo sind wir rückwärts laufen einfach rückwärts laufen weil jetzt nochmal die fünf sechs stück töten das wäre mir doch ein bisschen zu nervig euch bestimmt auch so drehen um eins kommt nicht mehr für zu schlafen ach ja genau wie die spinnende dritten Etage ein zwei töten verbunkern ein zwei töten verbunkern aber dafür spielen wir ja auch auf hart und im toro modus das muss ja auch irgendwie ein wenig äh auffallen so wieder da hinten lang also links an der wand aber ein crit und ein cleave und kommen jetzt noch schön was war die letzte attacke nee cleave war es nicht job war es auch nicht crit war es auch nicht irgendwas brutales also brutal klingendes komm schon zeigt mir wie das ding heißt in einem ordentlichen treffer nee das war keiner jetzt bin ich aber neugierig wie hieß das ding klick 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 das hieß rampage ja davon hätten wir ein paar mehr gebrauchen können wieder zu wieder schlafen man 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 also ist ja alles schön an erfahrungspunkten und wir waren noch eigentlich ganz kurz vom level ab oder hatten wir das schon gucken wir mal kurz nee das hatten wir schon aber wir kommen dem nächsten doch beständig näher das wird dann unsere 50 in äxte und das andere weiß ich noch nicht und licht ist schon wieder aus klick so und ich höre jetzt schon ein dino ist doch viel zu nah dran aber wahrscheinlich kommt er irgendwo von hier hinten nee kommt er nicht wie kommst du da hinten hin da hast du die Tür zu genau dich deinen Schatten habe ich gesehen du doofes Vieh ja noch nicht richtig komm schon rampage rampage keine 36er attacke das doch albern na also jetzt vielleicht noch einen so einen schönen 200er 300er treffer das wär's doch also weil wir jetzt noch einen punkt in den äxten haben dürften die auch echt drin sein die 200 300er treffer dreher dreher dann läuft das ganze auch ein bisschen flüssiger ab so ich bin vollkommen falsch gelaufen dreher 1 dreher 2 so schlafen und nicht schlafen äh schlafen ist eh gleich Zeit für den Cut da war noch eine Tür gewesen mit einer Fackelhalterung aber wir hatten glaube ich schon eine Fackel eingesteckt für das mögliche Cycle am Anfang jo können wir also ignorieren da war die Tür aber ich würde eigentlich ganz gerne dass wir diese Freiräume hier alle zu Ende erforschen um sicherzustellen dass es halt wirklich Respawn ist oder nicht momentan können wir echt noch Pech haben dass die Dinos einfach in den Bereich laufen wo wir gerade sind oh hier ist schön viel Platz oh oh nein 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 lauf 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 ja nee drei auf einmal müssen dann doch nicht sein bin ich hier richtig ja ich glaube schon ich gehe in die Wand laufen Tür zu so man 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 na gut mit denen daheien dürfen wir uns dann aber nächste Folge abquälen es hat aber gedauert du musst vorsichtig sein sie leben hier und sie werden versuchen ah ne und sie werden dich stoppen wollen sie fürchten dich sie fürchten dass du ihre Vision zunichte machen könntest ja du mich auch doofer Würfel aber dann könnte ich ja doch recht haben dass sie bald kommen also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf aber jetzt wird erstmal gespeichert LP 0 39 und bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich